Du hast sogar genug Leute, dass ich hier einfach draufsetzen kann. Eigentlich wäre es klug, würde ich Nahrung produzieren. Aber ich bin nicht klug und ich bin so ein bisschen jemand, ich würde doch gerne ein bisschen mehr Forschung haben. Das heißt, ich baue da Forschung ran. So, ich könnte Gas-Extraktionsbrunnen. Ah, okay. Das heißt, du müsstest dich da einfach draufplanschen und schon ist gut. Chemische Bepflanzung. Genau, dass wir den Kram, den ich bekomme. Ich möchte aber ganz gerne, dass ich... Ich könnte eine Roboter-Montageanlage reinsetzen. Ja. Mach ich mal das. Ja, weil mit den Robotern komme ich hier auch relativ gut klar. Ich habe jetzt hier auch schon ordentlich was. Ist die Frage. Oh, ich habe gerade eine große böse Befürchtung. Schauen wir mal bitte in die Spezien. Genau. Vorlage anwenden. Kann ich? Kann ich eine Montage? Ähm. Ich hätte gerne die Möglichkeit zu sagen, dass der hier nicht mehr gebaut wird. Ich weiß nicht, ob ich das kann. So, verbessere dich mal. Meine Flottenkapazität ist einfach Brütze. Ich bin mir halt wirklich unsicher, ob es sich lohnen würde, jetzt noch mehr Planeten zu holen. Ich meine, ich kann das auf 16 herausfinden, ob ich damit die Produktion steigern kann. Ich könnte dem Planeten mitnehmen, aber das ist halt eine 10er Welt und das möchte ich halt wirklich nicht. Nice. Wunderbar. Ich kolonisiere mal die Welt hier und würde sie ganz gerne für Nahrungs- äh-funktionabel machen. So. Äh. Ja, machen wir mal so. Willkommen zu Hause, Alternis. Ähm. Der gesamte Welt von Hydra 4 ist tatsächlich im Wandel begriffen. Äh. Nichts für das günstige Zustand. Probieren wir es mal. Ähm. Okay. Äh. Zeitfenster geschlossen hat. Schade. Haben sie es nicht hinbekommen. On time. Galaktischer Markt. Durch unsere neue Kontakte haben wir Zugang zu einem galaktischen Markt für den Kauf und Verkauf und Ressourcen erhalten. Dies wird sicherlich ein großer Gewinn für die stinkreiche Wirtschaft sein. Ja, also jetzt haben wir den Markt. Achso, ich habe einen Sklavenmarkt. Sklaven verkaufen. Oh nee. Ach Gott, man. Da kriege ich Geld für. Einfach. Schätze Verkaufspreis. 500. Das könnte ich auf Schotter verkaufen. Auch lauter Azubis. Ähm. Achso. Achso. Keine Sklaven stehen zum Verkauf. Ah. Okay. Gut. Ich habe es ja auch noch niemanden gefunden, der Sklaven haben kann. Ähm. Hm. Wenn ich das richtig, äh, beobachtet habe. So. Da in Außenposten. Da in Außenposten. Das sind halt doch schon eine Menge an Truppen, die er da hat. Gebe ich zu. Dann kannst du da einmal bitte die Bergbaustation wieder aufbauen. Nachdem die mir einmal kaputt gemacht wurde. Und. Ich meine, Legierung mäßig. Ich mache zwar nicht viel. Was Legierung angeht. Aber ich kann es halt trotzdem nutzen. Ideal wäre es natürlich, wenn du dich hier mit dem da prügelst. Wenn ihr euch gegenseitig den Kopf wegrammt. Special Inquiry kommt zu. Äh. Genau. Wir haben die Spezies-Modifikation abgeschlossen. So. Jetzt tu mir bitte den Gefallen und hör auf, blödsinnigen Kram zu bauen. Okay? Hoffe ich. Genau. Jetzt mache ich auch ein bisschen mehr exotische Gase. Zwei Stück davon. Äh. So. Die Zweigstellen könnte ich erstmal zumachen. Auf. Money. Äh. Jobs und Spotify. Moment. Ja. So. Ich kann ein Forschungslabor verbessern. Ich könnte sie auch theoretisch verkaufen. Ich mein... Ich verbessere dich und ich setze dich mal. Ich weiß, dass denen das nicht gefallen wird. Unbedingt. Ich glaube, ich... Er setze dich wirklich durch eine Produktion... Äh... Eine Sklavenproduktionsabwicklung. Sorry, meine Sklaven. Wie schaut's hier aus? Er hat immer noch Dienstleistungs... Negativ. So, aber immerhin bauen wir Roboter. Äh, den werden wir mal da rein ersetzen. Ach, guck mal. Hast du hier gerade meinen Platz bekommen? Jo. Ähm. Menschen machen eine Konzernigkeit, Handelswelt und Sozialforschung. Hm. Ich glaube halt, dass ich doch eine Luxusresidenz bauen sollte. Ja, ich gehe mal auf Nummer sicher. Finzelt doof. Dass ich... Nicht so richtig die Wahl habe und quasi immer das machen muss. Ähm. Ach so, genau. 40 muss ich hier haben. Äh, eine Bewohneranzahl. Anomalous readings detected. So, erforschen. Einfacher forschen. So. Konsumgüter ist momentan ganz gut. Nahrung mache ich halt noch mal minus. Aber da muss ich halt einfach ein bisschen mehr Nahrung kaufen. So, das ist ausgeschützt. Ich kann die Druidenarbeiter... Äh... Machen. Die werden quasi besser. Ich kann auch... Mach erstmal den Hangar. Vorher. Ich werfe dich mal auf den Fernseher. Okay. Mach das. Ja, ich bin auf dem Fernseher. Mama, ich bin im Fernsehen. So, ihr seid... Ihr seid jetzt aber auch... Ein bisschen knapp dran an der... Äh, ne? Immerhin noch kein... Ah, ganz konfliktig doch. Da sind sie. Gut, dass wir das geklärt haben. Wer hat halt doch hier gerade schon ziemlich eingekesselt. Ähm... Guck mal, der hat sogar zu mir die... Ne, der hat zu mir nicht... Ich dachte gerade, der hätte zu mir die ganzen geschlossen, aber ne. Der wäre ein bisschen unglücklich für mich gewesen. So, dann bauen wir jetzt da gerade wieder ein... Neue Weltstreifschuss. Unglaublich! Hm. So, warte. Du bist jetzt in Guhur. Lohnt es sich in Guhur? Ne, eigentlich nicht. Wie schaut es momentan aus mit meinen Handelsruhen? Handelshauptstadt zur Sternenbasis zurückkehren. Achso. Ja. Das ist halt eine 19-atropische Welt. Die... Ich könnte drüber nachdenken, die zu kolonisieren, aber ich glaube, es lohnt sich halt wirklich nicht. In mir mache ich gerade eine Menge Credits. Ich gehe aber davon aus, dass es eher da kommt, dass ich hier Zweigstellen und sowas aufgebaut habe. Ich weiß nicht, ob es wirklich klug für mich war, dass ich meine Häuser so... Oder mein Kram so schnell aufgebaut habe. So. Darleth Aliens. Forschen wir mal. Zur Unternehmungsführungsnexus. Flotten Akademie, Logistikbüro, Sklavenwelt erstellen. Den Bau von Stadt, Distrikten und den meisten Gebäuden auf dem Planeten. Erlaubt die Konstruktion von Sklaven. Freibewohner können nicht länger auf diesem Planeten wachsen. Modifikate Sklavenwelt. Wachstumgeschwindigkeit Bewohner. Ah, guck mal. Das wurde mir vorhin schon angenannt, dass das existiert. Anomalous readings detected. So, erforschen. Ähm. Ja, machen wir... Verbessern wir das mal. Ich mache relativ viel Dienstleistung auf dem Planeten. Ähm. Gigantisches Skelett. Faszinierend. Wohnungen habe ich noch ordentlich. Fächer offen. Wirtschaftszonen. Lass uns verobachten. Erforschen. Könnte noch mehr Konsumgüter machen. Ich mache halt momentan schon relativ okay welche. Produktion Einigkeit reduzieren die Kommunalität und erschaffen... ...dieses und jenes. Hydroponische Farmen. Ich glaube, ich könnte sogar hier... ...ein interessanter wird noch kein Mutiger. Techniker. Genau. Energienetz ist so eine Sache, die vom Planeten genutzt wird. Ich nutze hier... Ich baue hier mal eine chemische Bepflanzung. Ich habe die Möglichkeit dazu. Ich weiß nicht, warum ich so viel Dienstleistung mache. System Resources analysiert. Ich mache exotisches Gas momentan im Plus. Wofür brauche ich denn exotisches Gas? Was, um das Energienetz zu verbessern? Weiß es nicht. Nicht zu upgraden, brauche ich auch 40. Genau, du bist jetzt planetarer Außenposten. Genau. Genau. So, dann gehe ich nochmal wieder auf den Markt. So, wo habe ich ihn? Markt, hallo? Äh, Nahrung. Ich würde ganz gerne, äh... ...tausend Nahrung wieder kaufen. Okay, die... ...placken den aber... ...voll den Markt, du. Also, versuchen die den... ...oder... Upsa. Versuchen die gerade irgendwie im Mineralmarkt zu crashen. Konsumgüter... ...ist auch eher so meh. So, strategische Ressourcen, flüchtige Teilchen. Nett. Gibt es das eigentlich für Steam? Äh, Stellaris gibt es für Steam, ja. Das, äh... ...istorcht drauf. So, synthetische Kristallanlagen. Da kann ich seltene Kristalle machen. Jo, mache ich. Ressourcen analysiert. Hallo, ihr... Wir kennen ein gutes Ziel für Überfälle. Goddamit. Das kann man... Also, das Spiel... ...das Grundspiel kostet, glaube ich, 30 oder 40 Euro. Und dann muss man halt noch ein bisschen was für die etwaigen DLCs rausklappern. Ähm... Es ist so... Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie viel von dem, was ich hier gerade nutzen konnte, wirklich DLC-Content ist und wie viel nicht. Äh, einfach weil... Das Ding ist, DLCs werden quasi mit weiteren Versionen auch noch weiterentwickelt. Ne, dass da so ein bisschen Bonus und mehr Content reinkommt. Ähm... Ich persönlich würde für jemanden empfehlen, dass man einfach wartet, bis ein Sale kommt. So, ähm... Wir werden keine Auseinandersetzung riskieren, ne? Wie gesagt, ich bin hier... Ich bin hier heute voll freundlich unterwegs. Ich hoffe darauf, dass die sagen... Oh, vielen Dank, du bist voll toll. Äh... Du hast ja nur drei Planeten, ne? Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Das war uns eine Ehre. Boah, 100. Einfluss. So, das sollten wir untersuchen. Wo ist dein letzter Planet? Dann Arus. Ähm... Hat sich einen guten Ruf als Bekämpfer... Nice, gerecht. Okay, das wird sich nicht lohnen, die Zweigstelle dort zu eröffnen. Ach, guck mal, hier auf Theobidor lohnt sich das halt immer mehr. Ein freundlicher Schatten, was ist da los? Ich meine, ich bin halt nicht unbedingt gut ins Szenaris, deswegen habe ich immer Angst, dass mir irgendjemand aufs Gesicht gibt. Ähm... Physikforschung ist an. Das kostet mich, genau. Das kostet mich Gas. Und das müsste ich auch eigentlich monatlich bekommen. Äh... So, exotische Gase, genau. Drum upgrade ich den Energie-Nexus. Damit die da ein bisschen glücklicher sind. So, okay. Äh... Äh... An der Kooperation werden sicher alle... Oh, das L-Cluster. Profitieren. Wirtschaftspakt schließen. Ihr hasst mich einfach. Äh... Äh... Okay. So. Wir haben die ungewöhnliche elektromagnetische Strahlung, die von Hohmarm 3 ausgeht, bis zu einem geheimen und herrischen Bumper zurückgefolgt. Ähm... Nutzen wir mal selber. Forschungsabkommen schließen. Ja. Einfach in der Hoffnung, dass sie, äh... Ein bisschen freundlicher uns gegenüber sind. Plus ein Forschungsabkommen schadet mir halt nicht. Wir kriegen halt, äh... Monatlich hier ein bisschen was im Herz. Und... Und... Ja, mal schauen. Die Gelernten erkundet haben. Deswegen ist, wir sind halt autoritär und die sind egalitär. Nicht unbedingt die beste. Ich wäre bestimmt nicht besser. Äh... Weiß ich nicht. Weil momentan ist jeder schlecht. Ähm... Äh... Einfach... Ich könnte jetzt aufwerten, machen. Äh... Medizin machen, anderes Konsumwürdigkeit und Wachstumsgründigkeit. Ah, okay. Gegenkliniken braucht man also noch immer nicht. Einfach, weil alles neu ist. So, und ich muss... Ich sollte mich halt eigentlich so ein bisschen darauf konzentrieren, äh... Darüber nach oder, äh... Zu gucken. Wie genau, dass alles hier toll ist. Oder wie man hier was macht. Oder was quasi kluge Strategien sind. So, ich kann den dichten Dschungel jetzt an diesen Stellen mal entfernen. Na, weil... Das Ding ist, so... Früher hat es halt wirklich einfach nur Energie und Mineralien gehabt, was du halt irgendwie ausbalancieren musstest. Und halt Nahrung, wenn... Die Leute gegessen haben. Äh... Achso, das ist der Baum. Und... Und... Ne Währungsgießerei. Mache ich momentan... Flüchtige Teilchen. Genau, ich mache zwei flüchtige Teilchen momentan. Pro. Und jetzt hast du einfach, äh... Dienstleistungen, die du machen musst. Dann musst du noch Wohnungen machen und so ganzen Kram. Ist schon interessant, finde ich. Aber macht es auch um einiges komplizierter für mich. So, damit machen wir den dichten Dschungel weg. Ähm... Verschwendet nichts. So ist nämlich die Frage. Wenn du quasi eine neue Welt hast... So, da müssen halt erst neue Leute und sowas hinziehen. Sollte man dann... Quasi Luxusresidenzen und sowas bauen. Und halt, äh... Wirtschaftszonen und sowas. Oder ist es doch eher... Systemresources analysiert. Ne, für die Dienstleistung. So, ich mache mal hier Wirtschaftszone. Drauf, wo ich gerade von drüber geredet habe. So, Handelsankommen anbieten. Ich kann dir Energiekredits... Planetary Worksite established. Okay. Das ist... Kacke. Ähm... Kann ich dir die Regierung geben? Oh. So, 500... Würde auf jeden Fall einmal annehmen. So, das heißt, er müsste jetzt hier einmal so sagen... Boah, du bist voll toll. Genau, jetzt merke ich uns wieder. Wegen dem vorteilhaften Handelsankommen. Physikforschung von Forscher verbessert. Nehmen wir den UV-Laser. Und hier eine Tradition. Was nehme ich als nächstes? Ich glaube, Diplomatie. Ich meine, Harmonie... Ich kriege hier den utopischen Traum. Bewohnernutzung von Dienstleistungen zu Prozent reduziert. Vollweg der Harmonie... Ja, doch. Ich glaube, ich gehe auf Harmonie. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich mit dem Gedanken hin wollte. Ha! Sehr gut. Aha! So, jetzt kann ich wieder mit euch den Wirtschaftspakt schließen. Weil ich euch einfach Geld gegeben habe. So. Kauft euch eure Freunde. Unbroken Medley. Nice. Ähm... Zack, machen wir mal so. Und gebt mir mal bitte Vergnügungs-Megaplex. Äh, Dienstleistung. Ich weiß halt nicht, sind die Dienstleistungen für mich? Oder wie funktioniert das? Warte, ich schaue mal ganz kurz auf meine Forschung. So, ich habe... 66 Physikforschung. Wenn ich jetzt hier ein privates Forschungsunternehmen draufbaue. Ist das für mich positiv oder ist das für ihn positiv? Da bin ich mir jetzt halt unsicher. So, du hast keinen Gouverneur. Das ändern wir mal bitte. Äh... Ups, Ionica. Produktionsgabe plus 10%. Das brauche ich nicht. So, momentan habe ich... Äh, genau. Ich wollte dich hier eigentlich eher zu einem... Anomalous readings detected. Erforschen. Zu einem... Landwirtschaftsplanet machen. Auf diesem Planeten wird nur Landwirtschafts-Semulator gespielt. Oh, ich bin nochmal bei 66. Construction finalized. Construction finalized. Die Stimme ist halt so teuer, weil die so doof ist. Löse, gell, die nur für... Ähm... Äh... Synthetische Kristallanlagen, sehr schön. Ähm... Synthetische Kristallanlagen, sehr schön. Ähm... Oh Gott, oder auch nicht. Äh... Pfff... Ist jetzt alles zu teuer? Anforschung. Achso, wir werden auch gleich die... Äh... Das Midgame wird gleich beginnen. Ne? Kann ich jetzt an dieser Stelle schon mal sagen. Das Midgame beginnt gleich, guys. So, ich kann... Pisten wird an Sternbasen basteln. Celano, verbessern wir dich mal. Mach dich dann plus eins. So, Unbroken Medley hat gleich... Das private Forschungsunternehmen fertig. Weil, es stimmt ja eigentlich, dass das so steht. Oh, guck mal, du kriegst hier... Ja, das ist für mich... Anomalous Reading, okay? Juhu. Weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Das Midgame macht mir Angst. So, baut da mal noch meinen Außenposten hin. Insbesondere, da ich, äh... Momentan nicht so richtig... Für ein Midgame vorbereitet wäre, um ehrlich zu sein. So, ein... Ruhe, Ruhe habe ich momentan... Also, ich habe hier im Umkreis kein... Hier, das Ding hier, kein Handelswert. Das heißt, hier kann ich einfach einen Ankerplatz bauen. Damit ich eine höhere Flottenkapazität habe. Anomalous Reading detected. Warte, wo war die Taste dafür? Äh... Weiß gar nicht. Weichkartenmodus und... Sektorkartenmodus. Ich habe doch eine Möglichkeit. Suche, Hilfe... Detailskartenmodus. Ach so, mit alt. Ähm, du hast auch in allen Systemen um eins herum. Kein... Kein... Ach nee, ich brauche die eine Handelsstation, damit Handel fließen kann. Stimmt. Äh, zwischen Mucho und Guhur. Aber sonst ist das eher uninteressant. Ihr seid ein irrer... Ihr seid ein irrer Elefant. Ach so, plus ich muss hier auch zwei dran bauen. So habe ich das hier, damit ich hier das aus Kasabios rausbekomme. So, das heißt... Ähm... Zwei Handelsknoten. Fasziniert. Da kann ich einmal die... Oh. Besatzungsquartiere bauen. Gehe zu. Oh, ist der Wissenschaftler da? Projekt erforschen. Du bist... Sehr schön da hinten im Arm. Wie steht Hifna eigentlich zu mir? Die sind mir unterlegen. Nein, nö. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber warum möchtet ihr keine Tochtergesellschaft? Reichsbevölkerung. Relative Machterreiche plus eins. Okay. Äh, Physikforschung von Jobs. Fasziniert. Ja. Das heißt, damit habe ich jetzt meine Physikforschung höchstwahrscheinlich ein bisschen gebufft. So, wie schaut es hier auf Schotter aus? Da habe ich momentan die Möglichkeit, ein neues Gebäude zu platzieren. Das sind Luxusresidenzen, die ich da habe. Dann... Die hydroponische Farm lohnt sich... Oder war... Ich behaupte mal, dass sie sich hier nicht lohnt. Synthetische Kassanlagen. Äh... Wenn du die Unternehmenskultur... ...Städte bauen... ...mache ich auch. So, jetzt habe ich doch hier bestimmten... Achso, ich habe hier mehrere Forschungsschiffe, die gerade nichts machen. So, go. Du, du, Staff. Flieg und Sieg, oder so. So ging das doch. Äh, wie schaut das hier aus? Achst, du verbesserst dich noch. Das macht... Genau, Tuba. Mir tut das Konstruktionsschiff so ein bisschen leid. Ich jag das einfach nur von Punkt A nach Punkt B. Das ist... Achso, ich habe gleich wieder neue Wahlen. Wie schaut es hier unter? anspricht gespielt hier ist es ist forschung hyper entertainment forum es kostet wieder so doobes gas aber das ist für entertainer der job ich mach mal den vulkan wo war das jetzt erlasse wollte ich noch mal genau ich wollte noch mal die recycling kampagne machen damit wir weniger konsumgüter verschwenden ich kann forschungsgelder machen forschung geschwindigkeit plus zehn prozent ja gib ihm dass ich das noch nicht gemacht habe kristalline sensoren blüftige bodenräumung terraforming gase ok solcher gase als treibstoff fokussierende kristalle sehr interessant was man alles rausnehmen kann leider mache ich keine exotischen kristalle mehr im fluss sollte ich kann ich auch direkt verbessern analysiert werden der präne ist verfügbar erforschen sooo ok nichts großes was da rausgekommen ist ach so da musst du auch noch zeug bauen hyper station und forschungsstation das ding ist wenn das mit game bedeutet dass die hier blödsinn machen dann haben wir großes problem also ach so hier sieht man immer aus nicht die hier die nahe wildlings wenn die blödsinn machen und uns ärgern möchten dann haben wir ein großes großes problem ehrlich gesagt habe ich darauf keine lust was so ein hangar ist könnte ich ja platz hier aber ich mache einfach ankerplätze habe ich schon flotten logistik nie nehmen nein der text ist im titel grob mit regionaler herrsche übersetzt werden kann ist vermutlich in einem urten dialekt der hiff den nahrerischen sprache des hieven sie verlassen es hat für sie zweite eye historische bedeutung könnte uns wertvolle im blicken geben ja wir wissen dass sie die einzige erhaltene ausgabe von der prinz gefunden habt ein werk das für unser volk von großem historischen und kulturellen wert ist wir dachten es wäre durch einen piraten überfall vor einigen jahren unwiederbringlich verloren gegangen nun aber sind wir dankbar dass es in zivilisierte hände gelandet wir werden es ihr werdet ihr es uns zurückgeben für eure mühlen werden wir euch keine einige energie zu überweisen tu das wir sind fast bei 55 leuchten wenn ich habe noch gott ich habe noch relativ viele beamte und werkarbeiter und sowas die offen sind und landwirte auch noch einige wie schaut es hier aus hier auch weil hier auch im allgemeinen noch viel übrig ist aber komisch dass ihr mir unsicher woher ich das immer so also woher die zweigstellen wie sich das berechnet migrations ankommen anbieten wird denn jetzt so gerne einfach sagen hier tochtergesellschaft let's go möchte ich halt nicht angreifen weiß halt auch nicht soll ist das eure flotte zumindest ist es die einzige flotte von euch die ich sehe ihr seid mir ebenbürtig gegenüber ne oh gott ihre flottenstärke ist sogar gut weniger gut für mich so flottenmanager ich habe mich gerade gewundert habe ich nicht die habe ich unter forschung habe ich irgendwo eine erder technologie ich dachte ich hätte zerstörer schon erforscht ach guck mal du hast hier gerade genug leute gehabt ich kann hier in die übersicht gehen ich können was ist wenn ich vergnügungs mega platz plexbau erwarte damit aliens ok wir machen ich mach mal ein vergnügungs mega platz plex hier schau einfach mal ich bin also es produziert zehn energie also wenn ich wirklich nur zehn energie rausbekomme dann werde ich das auch ersetzen weil die brauche ich halt echt nicht so situations protokoll neue aliens der uv laser energie kann jetzt von technikern plus oder mache ich die gravitationssensoren so ressourcenproduktion auf diesem planeten ist halt doch eher so meh urte bergbau und schön so genau du bist jetzt hier fertig du bist zelano du ich sehe hier drum kein handelsknoten dingstens mehr das heißt du kannst auch zwei ankerplätze bauen weltraum handelsunternehmen wenn da schon zwei drauf sind dann kann ich da auch ein handelsdingstens dran setzen genau sie zu jagen will sich sowieso als blödsinn herausstellen warte hier mal genau was haben wir jetzt hier nanoligierungsgießerei ach so das ist immer verbessert exotische gas raufanerien damit könnte ich exotische gase machen ich könnte hier auch das mal machen ach cool so jetzt habe ich das nämlich und ich baue hier einfach schon mal ach so ich könnte legierungen dadurch machen auch ich legierungen wirklich bin mir unsicher darum brauche ich jetzt auf jeden fall keine mehr ich brauche mehr forschung evangelische zeloten die werden mich also richtig verlieben wo seid ihr da seid ihr materialistische narren und ungläubige minus 137.000 das ist glaube ich jetzt ins geschlossene grenzen gewesen machen wir auch mal zu ihr findet mich doof ich finde euch auch doof langsam fühlt sich doch die karte das problem ist wir sind ein relativ kleiner fleck vermutlich sogar ein bisschen zu klein für unser eigenes wohl flotten manager ich fühle dich einfach auf mit kram so und dann einmal verstärken mit normalen korvets zerstörer sind eh blöd so und ich müsste dich auch eigentlich upgraden ne flotte verbessern joa eigentlich weil die monopoli geld klasse system resources analysiert ach so ich gehe höchst verscheuert ich gehe davon aus dass die äh korvets richtig kacke sind die ich gerade bastel dass sie hier eine geile welt haben oh die haben ihre rivalität beendet okay mach das in meiner also ich wollte jetzt nachschauen so genau achte gibt mir dann einfach nur geld aber ich gebe ihm dienst leistung dafür wenn ich das sehe oder was hat ihm das holotheater warte für gewollte details klicken das sind keine details die du mir gibst das ist genau der gleiche text der da steht du bist doch und das ist die ganz normale produktion ja doof aber ja die setzen wir mal einfach durch privates forschungsunternehmen weil ich könnte die firme für öffentlichkeitsarbeit auch draufsetzen nicht immer nachdenke so ich baue hier auch mal ein holotheater das schien ja doch also bei dem anderen typen ziemlich gut zu sein so und hier erforschen einfach was produziere ich eigentlich ich habe hier zivilunternehmen die machen konsumgüter warte ich halt mal ganz kurz an ich müsste vielleicht mehr konsumgüter sogar herstellen luxus retten chemische bepflanzung ne da kriege ich flüchtige teilchen raus dann würde ich glaube ich sogar synthetische kastanlage wirtschaft zivilindustrie äh aus mineralien nahrung und konsumgüter mach ich mal konsumgüter ne wieder eine weitere zivilindustrie so was haben wir hier die nahrungsverarbeitungsanlage synergieforum konsumgüter einigkeit handelswelt ah ok paradieskuppel achso das bräuchte ich dann auch wieder puh dass das alles immer diesen kram braucht äh organisches paradies wohnung job trophäe job wartungsdrohne plus 4 es macht mir das bringt mir einen job wartungsdrohne ich mache hier flotten akkrieg ich wollte das logistikbüro so oder so haben so aber es ist jetzt höchstwahrscheinlich schon relativ spät ich mache hier nochmal die einfache gefechtskampfrolle rein und dann speichere ich das spiel an dieser stelle äh ich bin so toll und 4 und würde das zu einem späteren zeitpunkt wieder aufnehmen wir haben jetzt schon halb eins und es ist relativ spät für mich dementsprechend gehe ich immer auf spiel verlassen jo wechsel den screen so 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 so